Mein Name ist Anna, ich bin 23, werde bald 24, hurra! Ich empfinde mich als weiblich, also sie, aber eigentlich ist es mir komplett egal, weil solange die Person respektvoll mit mir spricht, kann sie ruhig die Pronomen verwenden, die sie möchte. Ich studiere Sprache, Kultur, Translation auf Englisch und Griechisch und bin gelernte Drugistin, also bei DM quasi. Und hobbymäßig spiele ich gerne und mache Hula-Hoop und lese viel. Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich habe mich quasi mit 13, 14 ungefähr als Bi geoutet, habe dann mit 18 gemerkt, dass es nicht so auf mich zutrifft und habe mich als asexuell definiert und mit 22 ungefähr dann rausgefunden, dass es auch nicht so wirklich passt. Ich bin quasi wirklich nur durch so einen Lebensabschnitt gegangen, in dem ich mich als asexuell empfunden habe und bin eigentlich momentan relativ glücklich damit, zu sagen, dass ich pansexuell bin. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du nicht heterosexuell bist? Also es hat relativ früh angefangen. Ich habe quasi mit 6, 7 schon gemerkt, dass da irgendwas ist. Meine Barbies haben halt auch immer miteinander gekuschelt, nackt. Ich habe die Fernsehzeitschriften angeschaut und habe mir halt immer die nackten Frauen quasi angesehen. Und irgendwann mit 12 habe ich dann halt so gemerkt, ja, eigentlich ist es ja egal, was für eine geschlecht eine Person hat. Und damals zu dem Zeitpunkt lief eine Fernsehsendung, die hieß A Shot at Love with Tila Tequila. Und ja, die gute Tila hat mir dann quasi mein Bewusstsein geöffnet und mir ist klar geworden, dass ich bisexuell bin und auf Männer und Frauen stehe. Wie bist du damit zurechtgekommen? Tatsächlich habe ich mich gar nicht so sehr gestresst. Ich habe es auch nicht sofort irgendwie Leuten erzählt oder so, auch nicht meinen Eltern, niemandem. Für mich war es halt einfach so und ich habe dann auf Tumblr quasi relativ häufig irgendwie nach Frauen gesucht, habe The Lesbian Word, also The L Word, geschaut und ja, das war es dann eigentlich schon. Ich habe mir da wirklich wenig Stress quasi damit gemacht, glaube ich, was ganz gut war. Es hätte mich vermutlich sonst echt irre gemacht. Vor wem hast du dich zuerst geoutet? Vor meinen damaligen besten Freundinnen. Ich hatte drei beste Freundinnen in der Realschule und wir waren bei mir zum Trinken, weil ich sturmfrei hatte, also meine Eltern waren nicht zu Hause, meine Geschwister auch nicht und wir haben halt ein bisschen Alkohol getrunken und ja, ich war damals so 14 Jahre alt, glaube ich und habe dann irgendwann gesagt so, hey, ich könnte mir das voll gut vorstellen, auch mit einer Frau zusammen zu sein. Ich finde Frauen anziehend und das war mein Coming Out. Wie haben deine Freundinnen reagiert? Ja, es war schon ein bisschen komisch. Meine richtige beste Freundin damals, sie hat halt natürlich sofort gedacht, dass ich was von ihr möchte. Wollte ich nicht. Ich hatte wirklich noch keine Gefühle für eine Frau entwickelt. Ja, war ein bisschen lustig die ersten Wochen, weil sie halt wirklich alle erst mal so ein bisschen vorsichtig waren und halt gedacht haben, okay, wie spreche ich jetzt mit mir quasi und wie fassen sie mich an, gehen sie irgendwie anders mit mir um. Aber eigentlich hat es sich dann gelegt. So nach ein paar Wochen war es dann wieder ganz normal. Sie hatten halt nur noch nie davor was damit zu tun gehabt und hatten halt keinerlei Erfahrungen. Wie haben deine Eltern auf dein Coming Out reagiert? Ich habe mich mit 15 ungefähr von meinen Eltern geoutet und hatte eine Internetfreundin, die ich über ein Musikforum kennengelernt habe. Meine Mom, die hat zuerst so reagiert, dass sie gesagt hat, ah, ich wusste es doch, dass du einen Freund hast. Und dann hat sie noch mal so überlegt und hat gedacht, so Moment, Freund, Freundin. Und dann war sie erst mal ein bisschen geschockt und hat auch erst mal nicht mit mir geredet für ein paar Minuten, aber hat dann gesagt, dass es ihr eigentlich egal ist und dass ich das machen muss, was mich glücklich macht. Und meine Eltern sind sehr akzeptierend und zuvorkommend und denen macht das auch nichts aus, Gott sei Dank. Denen macht es eher was aus, wenn es mir aufgrund von Menschen, die damit nicht so gut umgehen, schlecht geht, dann quasi. Hast du schon Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht? Ich habe tatsächlich schon relativ viele gemacht. Ich komme von einem sehr kleinen Dorf und meine Eltern hatten damals auch Angst davor, dass es andere Leute mitbekommen. Nicht, weil es ihnen unangenehm ist oder so, sondern einfach, weil sie Angst hatten, dass die Leute gemein zu mir sind. Ich habe mich trotzdem geoutet. Ich hatte natürlich auch einige negative Erfahrungen. Ich hatte zum Beispiel einen Klassenkameraden, der war etwas gegen Frauen und war noch so ein bisschen eher mittelalterlich, sage ich jetzt mal. Und hat halt am liebsten die Frauen in der Küche gesehen. Und mit dem habe ich mich regelmäßig im Unterricht wirklich gestritten, ob Homosexualität jetzt unnatürlich ist oder nicht. Ja, letztendlich ist das Ironische, dass er nach seinem abgebrochenen Theologiestudium angefangen hat, nochmal nachzudenken und zu mir zurückkam und gesagt hat, hey, es war komplett alles falsch. Tut mir voll leid, wie ich mich verhalten habe. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Welchen Tipp würdest du da im jüngeren Ich geben? Ich glaube, ich würde zu mir selbst sagen, dass ich nicht so hart zu mir selbst sein soll und dass Begriffe eigentlich nur Begriffe sind und wir diese Schubladen gar nicht wirklich benötigen. Es ist egal, was für eine Schublade man hat, solange man respektvoll zueinander umgeht. Und dass es nicht so wichtig ist, sich da rein zu quetschen, sondern eher wichtiger ist, sich was aus diesen Schubladen rauszuholen und zu schauen, passt das zu mir, kann ich das so tragen? Und wenn nicht, dann nicht. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Tatsächlich das, was wahrscheinlich die meisten von der Gesellschaft wollen, einfach ein bisschen offener zu sein. Weil wir sind sehr offene Menschen meistens. Es gibt natürlich auch andere Leute, die nicht ganz so offen sind. Aber ich finde das Schöne an der Community ist wirklich, dass es egal ist, wer man ist, solange man freundlich zueinander und respektvoll ist und sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und davon könnten sich andere Leute wirklich manchmal auch was abschneiden. Was findest du schön daran, pansexuell zu sein? Ich wüsste nicht, was daran negativ ist, ehrlich gesagt. Ich finde es toll, so zu sein, weil so bin ich eben und so fühle ich mich wohl. Und das ist, glaube ich, das Beste daran, dass ich mich so wohlfühle. Ja. Vielen Dank für das Interview. Hi, ich bin Balthasar von Queer Lexikon und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder abonniert uns. Und wenn euch unsere Arbeit besonders gut gefällt, dann könnt ihr uns auch Geld auf Patreon spenden. Zum Beispiel, damit wir unser Equipment finanzieren können und unser Webspace und andere Dinge. Das war's.